Könnte sein, dass ich einen Impfschaden habe. Und das war, als würde ich mit 300 kmh gegen eine Wand fahren. Danach waren es halt auch wirklich Arzttermine, wo, als ich das gesagt habe, hallo, habe ich vielleicht einen Impfschaden, dass ich ausgelacht wurde. So ausgelacht wolltest? Ja, also wirklich, nein, das kann nicht sein.